So meine lieben Freunde, ja erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich kommentiere da ein bisschen was drauf, weil es kommen gleich ein paar Szenen, die ich mit dem Handy gefilmt habe. Zum Beispiel eine Timelapse, die ich mit dem Handy gemacht habe. Oder einfach ein paar Szenen von dem Unwetter, wo ihr leider Gottes nicht viel seht, außer es blitzt ein bisschen. Aber ich dachte mir, ich packe das mal rein, nur damit ihr Bescheid wisst. Dies ist jetzt der Vlog, in dem Sinne, wo auch Tobias kommt. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei. Ist jetzt etwas anders gemacht worden, aber er wird auch jetzt etwas länger werden. Das heißt, ja, Tobias kommt ja erst in einer Woche. Und ich dachte mir, ich fange aber schon mal ein bisschen an, euch was zu zeigen. Ihr seht das ja natürlich erst, wenn das Video fertig ist. Aber ja, er kommt jetzt demnächst bald. Und das heißt, ich nehme diesen Vlog mit über eine Woche, wenn irgendwas Spannendes passieren sollte. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.